willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten mann 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 was ist mir da wieder passiert leute was ist mir da wieder passiert naja was willst du machen passiert ist passiert komme ich aber gleich zu naja ja 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 ich könnte wirklich aber ich will es mal nicht machen ich will es mal nicht machen und so alter falter da kriegt die kriegen aber ganz schön ps hier oder müssen wir uns eben mal so ein bisschen daran halten dass sie hier noch so ein bisschen den adler vielleicht schafft ja wohl perfekt dass ich ja noch ganz gut aus was passt so mann 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 was ist mir da wieder passiert also nicht das hier das sieht ganz gut aus hier 1 2 3 1 2 3 in 1 2 1 2 3 1 2 3 und ich kriege mal wieder meine los hier nicht richtig durch mann 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 um schon ein ballon habe ich noch okay und jetzt auch ich habe natürlich schon jede menge welpen hier in der mitte sieht aber noch ganz gut aus das getter schott fällt auch jawohl die queen nein die queen macht die green da kaputt gottes willen meine herz um gottes will naja ich werde euch gleich erklären was mir passiert ist man kennt es man kennt es echt fatal ich hatte jetzt muss ich eben auch mein handy gucken ich hatte ja ich hatte zu enden zum zum ende meiner letzten video folge hatte ich 1451 gems oder 1441 ist auch egal auf jeden fall was ist mir mal wieder passiert so ein richtiger klassiker weißt du weil man so gewohnt war man war gewohnt ja der 13er hier max alle bauarbeiter frei fröhlich hier ein bisschen an der schmiede forschen beziehungsweise was hämmern also wo geht man hin man geht einfach drauf und sagt mach mal das war noch nicht das schlimmste das habe ich ja sogar und dann stand da 1020 und was macht der toto gedrückt da drauf na klar ich könnte mich so ärgern ich könnte mich wirklich so was von ärgern dass das das glaubt ihr 1000 gems ausgegeben für seine ich will nicht sagen für sonnen ist aber ich bin ein bisschen da und jetzt und und dann kommt es noch dann kommt es noch besser habe ich gedacht ich mache mal hier ein paar so ein paar und paar sachen frei also die helden tränke die nämlich heute abend wenn klarkrieg ist oder morgen mal sehen weil ich die nicht dass mir jetzt auch egal wenn ich die ich nehme die für 50 juwelen man könnte sich natürlich jetzt import voll machen aber ich brauche jetzt immer ein bauarbeiter und die bauarbeiter sollen ja bei mir im hauptdorf was machen deswegen habe ich schon mal 50 james wieder rausgeholt zu den 1000 was mache ich dann ich gucke in die klatspiele rein also so wie sie wirklich fatal fatale minuten hier und das alles nachdem ich ja das video abgedreht hatte also das vorherige von gestern also für euch ist von gestern für mich ist von eben und ich muss einen kurzen cut machen so muss ich einen kurzen cut machen ich muss gerade das video veröffentlichen und dann gucke ich hier rein und denke du willst du das book of fighting haben was mache ich ich nehme hier zwei ressourcen tränke damit ich zwei aus dem pass kriege so kriege ich natürlich das book of fighting nicht weil der drache wird hier viel viel länger laufen leute das geht gar nicht echt was ich jetzt gerade an den tag legen mann 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 und ich möchte auch den bauarbeiter hier aus der schmiede wieder haben mir jetzt scheißegal ende ich bin echt ich könnte mich selber ohrfeigen und zwar rechts links rechts links echt so wir fragen hier mal an machen das eben mal leer hier 12 und ein raketenballon müssen benutzen heute ist echt ein vertaler tag heute ist echt ein vertaler tag naja dann kann ich das ist wenigstens hier rausholen wissen dann kann ich es wenigstens jetzt rausholen das heißt das uni buch die dunkle runde kann ich mir hoffentlich jetzt schon holen oder nicht das sei jetzt auch wieder was in die hose geht ja geht es nicht dass das die will ich gar nicht mehr haben obwohl wir nehmen die hier mit mauerringe sind immer gut der schaufel fehlt mir auch eine schaufel fehlt mir auch so im trank fehlt mir und hier nehmen wir die james mit würde ich sagen so belohnung abholen und da können wir noch mal reingreifen also sowas okay eine dunkle runde für mich ärgerlich ärgerlich aber ganz ganz gut abgeholt ein paar james haben wir gekriegt 20 stück naja und wir haben jetzt wieder ein bisschen was rein gefüllt hier in den in den vor wir haben wieder ein book of fighting ok wir haben ein buch der helden zauber kann ich eigentlich verklopfen also ich meine verkaufen für 50 gems weil ich brauche es nicht mehr und aber super uni buch und auch ein helden buch jetzt müssen wir nur ein bisschen rein fahren hier aber dennoch eigentlich bin ich für heute mit clash of clans durch sollte auch eigentlich nur eine kurze folge werden wird es jetzt auch ich muss mich jetzt erstmal abregen jetzt habe ich 1500 gems oder so ausgegeben führen für nix weißt du das echt ärgerlich ihr wisst selber wie viel man für 1500 james wie lange man dafür braucht um die wieder anzusammeln ich meine klar vor lauter ärger könnte ich jetzt den shop gehen und könnte sagen 10 euro 1200 wieder rein mache ich aber nicht mache ich aber nicht wenn ich das jetzt auch noch mal dann ist dann ist der ganze tag gelaufen aber egal wir sehen uns ja heute abend sowieso ich würde sagen macht sowas nicht was ich hier gemacht habe aber es passiert leider immer immer wieder und ja wir sehen uns in dem fall ja heute abend und jetzt bin ich auch durch mit clash of clans heute nein ich spiele natürlich noch ein bisschen weiter aber ich wünsche euch eine schöne restwoche ihr seht das video jetzt auf mittwoch und dann bis heute abend und bis in den nächsten videos ciao ciao euer toto clasht bis heute abend und bis cool bis heute abend., bis heute abend� bis heute abend bis heute abend